So, der Schilling meldet sich zu der Welt von Shakes and Fidget mit allen Servern heute ein bisschen so, Dämonenportal und was sonst noch ansteht und anscheinend gibt es noch immer ab und zu diesen Bug hier mit dem bis morgen, obwohl man noch nicht drin war. Hier Tim Blade hat heute das Portal noch nicht gemacht gehabt und es stand auch hier, aber er konnte nicht rein. Deshalb Slash Portal Guild, Leerzeichen dazwischen und dann geht das in Ordnung und es gibt noch Slash Arena XP, dann sieht man, ob man heute schon die 10 Kämpfe gemacht hat. So und ja, genau. Soviel dazu 9%. Das morgen, ich weiß es nicht, morgen vielleicht schon. Man muss bedenken, die heilen sich ja nochmal um 10, aber ja, ich fange erst mal an auf S14. Ganz gemütlich, denn ich brauche einen neuen Int-Trank. Irgendwie, ich weiß nicht, das Epic Event gab letztens nicht so viel her. Ich habe, das ist ja das Krasse, ich habe jeden Trank gekauft. So, der geht noch, der geht noch drei Monate fast, zweieinhalb sagen wir mal. Nein, sagen wir nicht. Der geht noch lange, aber nicht drei Monate. Aber es ist spät, keine Sorge. Normal ist das nicht so. Wir haben ja schon August und so. Ach, wie die Zeit vergeht. So jedenfalls, ich habe immer alle gekauft und Ausdauer kam einfach dreimal so häufig. Ich weiß nicht, was da los ist. So mit Pilzen, den brauche ich noch. Obwohl, doch, den brauche ich schon in einer Woche. Ja, nehme ich den auch. So und ein Intelligenz-Trank noch, dass ich nicht sofort in drei Tagen wieder irgendwann den weg habe. Denn das ist jetzt wichtiger geworden für die Portal-Gegner. Ansonsten sagt man, ja, für die Raid-Gegner hebt man sich die Tränke auf. Aber jetzt Portal kann man immer brauchen. Und ich, Depp, habe sogar den Versuch gemacht ohne Int-Trank. Ich habe das nicht gesehen. Habe einfach schnell hineingeklickt und ja, dann sehe ich so, Moment, wieso habe ich nur noch so wenig Int? Was ist denn da los? Ja, habe ich wohl einen Versuch ohne Intelligenz-Trank hingelegt? Ja, egal. Kann passieren. Das kann passieren. Habe ich jetzt, ja, so hier ist er. Viele Lebenstränke, muss ich sagen. Ja, gut. Also, ich präsentiere den epischen Fail des Jahrhunderts. Zehn Prozent. Der hatte nicht mal, der hatte nicht mal so viel, dass es auf einen Prozentpunkt gerundet wird. Weil zehn Prozent heilt er sich ja. Oh, das war ärgerlich. Aber ich, wenn man schnell, nein, egal. Ich fange erst gar nicht davon an. Aber allgemein, die ganzen Dämonen hier schlängeler. Mir wurde auch gesagt, und das weiß ich nicht, denn ich bin kein Diablo-3-Zocker, aber das dürften wohl Anspielungen auf Bosse aus Diablo sein. Ich meine, niemand hat einen Schlangenboss jetzt erfunden oder patentiert, aber es ist ja vieles hier. So eine Anspielung auf am Anfang so die typischen MMORPGs und WoW und so Dinge. Und jetzt hier Diablo. Aber muss ich sagen, kenne ich nicht so. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das alles Bosse auch sind. Der Schlengel-Magier. Hundert Prozent noch. Wer hätte das gedacht? Bin erst bei 13. Leider. Ich bin mir sicher, ist schon irgendwie 17, 18, 19, 20 möglich. 17, ja. Gut. Ist etwas doof mit dem Trank und so. Und zweimal hatte ich das schon mit einem Prozent. Naja. So, dann geht es noch in die Gilde hinein. Da haben wir sogar den Siebten geschafft und sind jetzt bei der dunklen Schützin. Die sieht doch fast so aus wie eine böse Version von der, von der, wie heißt die, Nachtelfin aus WoW. Fast. Zumindest. Irgendwie so. Aber die hat auch hier ganz wenig oder beziehungsweise ganz viel und dann, ja. Oha. Das heißt, die wird sich, naja, gut. Das muss man erst morgen machen, denn da sind ja noch die Versuche vom anderen Gegner dabei. Aber die wird wieder auf 100 Prozent kommen. So. Und da würde ich, hätte ich mir jetzt auch so gedacht, gespendet habe ich hier schon, also gespendet. So. Genau. Habe ich mir auch gedacht, ich bin ja immer so, ich möchte mein ganzes Gold aufheben für Epic Events dann immer. Aber im Endeffekt, man braucht keine Milliarde. Und morgen kommt ja noch keines für das Portal. Ich meine, das hätte ich jetzt vorher machen müssen. Ist das ganz nett, vielleicht noch zu skillen? Ich bin jetzt auch bei den 10 Millionen schon längst angekommen. Und ja, werde da jetzt ein bisschen viel, wird es nicht helfen. Jetzt einen großen Unterschied machen, aber ja. Jeder kleine Punkt. Nein, ich habe mir ja vorgenommen, jedes Video, wo ich mit dem spiele, mache ich dann auch. Habe ich jetzt für heute leider nichts herausgesucht. Ich bin mir sicher, da finde ich spontan gar nichts. Und ein Random-Angriff, das wäre ein Lotto-Gewinn, wenn ich da was finden würde. Nein. Schelling, wie kannst du nur? So, wenn das jetzt was gibt, dann fresse ich einen Besen. Ja. Tut mir leid. Es tut mir leid. Ich habe mein Versprechen nicht eingehalten. So. Stadtwache läuft schon längst. Und 10 Kämpfe habe ich auch schon heute hier. Dann, wo bin ich da? Habe ich jetzt die Tränke? Ich weiß nie, wann soll ich sie nehmen? Soll ich sowas jetzt kaufen? In der Zwischenzeit? Egal, ich gönne mir jetzt die volle Ladung. So, für den nächsten Gegner hier. Und zwar bin ich hier beim Corpus, beim Corpus Eruptus. 66%. Was hier wohl hineingehört, ich will es gar nicht wissen. So. 60.000 Ausdauer hat der schon. Ist aber vom Level her, das dürfte wohl der große Vorteil sein. Vom Level her sogar noch unter mir. Sprich, die ganzen Berechnungen, Glück und so weiter. Da bin ich im Vorteil. So, ich mache mal schneller hier. Yes, das geht in Ordnung. Morgen, ja, mit einem schönen, naja, oder vielleicht auch nicht. Ich habe jetzt hier 35% abgezogen. Könnte echt knapp werden morgen. Aber auch hier könnte ich richtig viel skillen. Mal schauen. Das muss ich mir ansehen, ob ich das machen soll. Oder, ich meine, Epic Events werde ich nicht großartig spielen. Aber, ja. So. Soviel dazu. Oh, ich darf da gar nicht. Hilfe, Hilfe. Ja. So, dann hier. Nein, der war auch, war der so knapp? Ja, den hatte ich auch richtig knapp. 20%. Erster Akt, Ebene 10. Wie sieht es bei dem mit den Tränken aus? Ja, die sind alle ohne Blättern kostenlos. Also nur für Gold. Von denen kann ich einen jetzt nehmen. Und dann noch, wenn ich wüsste, welcher Gegner der nächste ist. Ich denke, die Chance ist höher, dass es eine Stärkegegner ist. Aber den schaffe ich jetzt sowieso. So, der geht down. Jo, war Stärke. Irgendwie im Dungeon gibt es so viele Stärkegegner. Hier bin ich jetzt bei 10% Bonus. Auch ganz in Ordnung. Ich nehme mal an. Auch hier sind die Ersten schon mit 17. Ah, 16. 16. 16. 16. 16. Okay. Irgendwie 17. Wow. Ja, das war es hiervon. Das war es hiervon. Hier ist auch alles erledigt. Genau. Einen Turm könnte ich machen. Mit jedem noch. Und zwar, es war ja XP-Event. Ich wollte schon wieder Epic-Event sagen. Und da habe ich schön hochgelevelt. Zwei Level-Ups geschafft. Also nicht nur beim XP-Event, aber so in den letzten Tagen, dass vielleicht der nächste Kundi fallen könnte. Das war Medium. Der müsste was raushauen. Oh, Mark Ward. Das war fein. Und jetzt noch Kunigunde ein bisschen ausweichen. Oh yeah, komm schon. Daniel, enttäusche uns nicht. Jawoll. So, das bekommt die Kunigunde. Ja, die freut sich. Die freut sich definitiv drüber. Jetzt muss ich noch nachsehen. Mhm. 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 Haben alle was Besseres. Wie kann denn das sein? Und hier, hier schmerzt echt jeder Pilz. Es ist so normal. Ich hau die Pilze raus wie keine Ahnung was. Aber hier schmerzt jeder. Doch den könnte ich auch, oder? Ui. Mark Ward. Das ist vorher so. Pew. Und jetzt so. Pew. Naja. Das kann nichts werden. Wow. Da hat er sich noch selbst übertroffen. Aber das war's. Hier auch volle Stadtwache rein. Oh, in einer Minute. Aber oh. Wow. Oha. Das war wow. Sorry dafür. Ich hab fast so viele Server. Ich hab fast auf den vergessen. Ich hab's mir extra für alles jetzt hier im Video aufgehoben. Man sieht hier die Uhr. Die Zeit. Äh. Ja. Das war jetzt richtig knapp. Oha. Da hab ich jetzt nochmal so richtig Glück gehabt. Und ich denke, da beende ich das am besten auch. Und dann geht das einfach. Beim nächsten Mal weiter. Sheiks and94. masks masks